Patznauen liegt im Südwesten Tirols. Die vier Dörfer Ischgl, Kappel, See und Galtür sind vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt und das aus gutem Grund. Hier gibt es unglaublich viel zu tun, sodass beim Urlaub mit Kindern auf keinen Fall Langeweile aufkommt. In diesem Video geben wir euch Tipps für einen Sommerurlaub mit Kindern im wunderschönen Patznauen. Mit rund 1000 Kilometer Wanderwegen und allen Schwierigkeitsgraden ist Patznauen ein idealer Ort für Wanderungen mit Kindern. Perfekt ist es natürlich, wenn man zwischendurch einen Stopp einlegen kann, wie zum Beispiel bei dem Walk of Lyrics oder bei der Hängebrücke in Ischgl. Wenn man mit dem Lift auf die Idalp in Ischgl fährt, darf man den Erlebnispark Wider Truja auf keinen Fall verpassen. Während die Kinder spielen, können Mama und Papa in der Sonne entspannen. Noch nie hat Wandern mit Kindern so viel Spaß gemacht wie hier in Kappel. Neben einem Spaziergang im Erlebnispark gibt es einen Streichelzoo, einen Kletterpark, eine Discgolfanlage und vieles mehr. Die Kinder wollen hier auf keinen Fall wieder weg. Schnellzeuge In See gibt es einen wunderschönen Badesee, wo man den ganzen Tag das Wasser, Zeit auf dem Spielplatz oder einfach die Sonne genießen kann. Der Urlaub ist einfach am schönsten, wenn Kinder sich amüsieren und das Paznauen hat wirklich alles getan, damit es funktioniert. Also wir haben hier viele glückliche Kinder und sehr entspannte Eltern gesehen.